Seid ihr wieder feueranfällig oder seid ihr andere puddings? Mein gawd das analysieren dauert ewig Es sind... Oh es sind solche puddings alles klar Geht's back! Geht's back! Wouldn't be the same without you! Thank you Noch ein bisschen, auch zwei Kommandobalken für Ignis Zack Natürlich ist Ignis jetzt down, wo bist du? Da ist er Warum seid ihr Viecher so fucking stabil man, ich hasse euch Fuck my life Fuck my life Okay, er hat schon Fucking shit man Letzt 3 Eis Und letzt 3 Ich bin sicher Und dann Ich bin sicher Die 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 Vielen Dank. Warum sind die so super hartnäckig, ey? Warum kann ich mir die Ignis gerade nicht sammeln? Okay, jetzt geht's Und gib mir mal das Breitschwertkurs Irgendwie mache ich hier gerade Obwohl, lass mich mal die andere hier probieren 1700 Damage Nett Ich muss halt nur auf meine HP aufpassen Humpter, please Haben wir irgendwo einen Warp-Punkt Da oben Die sind super hartnäckig For no reason Ich kann auch leider keine Magie basten Oder kann ich Nee Keine Ahnung, ob das hilft Sieht aber ganz gut aus, Gott Warum sind die so crazy hartnäckig, die Viecher? Holy shit Agnes Wir müssen regroup Sure can Uh-huh No On top of it Get out A Das Hauptproblem bei denen ist halt gerade Ich hab nichts wirklich um ihnen Schaden zu machen Das ist super scheiße Selbst Parrys machen kein Damage Hey Ignis Everyone regroup Say your prayers Agnes Ich hab dein Pudding tot! Okay, next one! Holy shit, man! Die Viecher sind crazy! Gibt's nicht, man! Moment, da war einer irgendwo super low! Der da! Autsch! Okay, das sind zwei Puddings! Dann war der da hinten noch! Die Geräusche kommen fast an Link ran! Aha, I'm not sure! Jetzt hab ich mich grad fast selber gekillt! Ich bin so gut! Komm Gladio, tu was! Haben wir's dann! Stürpudding! Dankeschön! Die waren ja überhaupt nicht lustig! Holy fuckaroni! Okay, wo steht denn unser Regal? Ja, unser Auto steht da! Ist da irgendwo ein Bett zum Rasten? Ja, da kann ich auch rasten, okay! Holy shit! Fucking Puddings! Ich hasse Puddings! Ja, nehm dich schon! Softe Beds, baby! Oh! Komm, mein Level, ey. Random Se- oh my god. Ponto, please. Ich weiß halt nicht, was das bringt, die zu speichern. Äh, nope. Äh, nicht schlecht. Guck dir. Guck dir. Guck dir. Guck dir. Guck dir. Oh, Cielos. Was ist los, Pumpto? Niemand liebt dich. Das ist awkward. Awkward silence initiated. So, pretty rough day, huh? Every day's rough, if you ask me. I guess. But even though it's rough, it's still fun. Every day's a discovery, you know? I never imagined it'd work out like this. That I'd get to go on an adventure with you guys. Who would have thought, huh? I'm also thinking, your mother would just have to go on an adventure with you guys. Let's see, beginning at high school, so that's... five years? Yeah, but we've known each other way longer than that. Ever since elementary school, right? Huh? You still remember that? Could hardly forget being gawked at. Well, you know, it isn't exactly easy being in the presence of royalty. And when we did meet in high school, you pretended it was the first time. Yeah, the first time I worked up the nerve to say something. Huh. Feels just like yesterday. You should have said something sooner. Oh, nocts. You just wouldn't understand. Huh. Back then, I was... Actually, never mind. Oh. Oh. Hey, you can't just stop halfway. Yeah, I know. I used to be super shy. Couldn't talk to people. No surprises, but I had no friends. At least not real ones. I was always alone. And there were times when I felt, well, worthless. You've always been too self-conscious. What? Let me guess. You're hung up about being the weak, useless nobody. So you try to make us feel better to make up for how you feel about yourself, right? Well, I'm impressed. Constantly watching out for your friends like that, it takes something special. And that something special defines who you are. So, you really think I'm doing okay? Yeah, I do. Anything else? Uh, no. Nothing at all. I'm sorry I got so real all of a sudden. You should know better by now. You think I just make time for any old loser? Huh? What? You mad, bro? Seriously, though. Thanks for making time for this loser. Feels good to get that off my chest. Happy to hear. Oh, all right. I'm gonna keep on keeping on. The only way I know how. Yeah. You do that. Was ist denn bitte der peppige Fotofilter Prompto? Der peppige Fotofilter. Mhm. Interesting. Final Fantasy 15 hat die Tendenz Final Fantasy 8 als das Emo Final Fantasy abzulösen. Mit Abstand. Ich schwöre. Das ist der Wahnsinn. Wer weiß, wie crazy Emo es noch tut, aber irgendwie ist hier jeder mi mi mi. So, ich glaube, ich habe aber zuerst mal die schnelle voll zu voll von Jagd aufträgen. Fuck this shit. Hast du irgendwas mit XP boost? Das ist ein bisschen teuer, mein Freund. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal gut. Geben wir mal zu Dave. Dave ist cool, ich mag Dave. Dann ess mal ein Horse. Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, sagst du, du isst ein Horse. Das hast du heute keins gegessen. Brable, brable. Brable. So. Ja, die noch. Was ist das? Die kann ich abgeben. Und die ist irgendwo am Arsch der Welt. Okay, dann machen wir jetzt die von Dave. Ich glaube, da fahre ich sogar hin. Why not? Oh ja, Zeit für Final Fantasy 7, okay. Wo ist meine Musik? Dankeschön. Das ist die falsche Richtung. Äh. Spannend, spannend, spannend. Nicht. Ne, ich will ja nicht parken. Du, 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 du. Könnt ja schon ruhig ein bisschen schneller gehen, ne? Ich finde es ja blöd, dass du das Radio nicht lauter drinnen kannst. Ja, also, ich laufe total Gefahr, dass mein Tank alle ist. Also, mhm. Ist so gefährlich gerade. war das echt eine gute Idee, hier so rumzufahren, das dauert ja ewig. Äh. Moment, was? Nein. Ja, das dauert nur sechs Minuten, klar. Nein, 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 nein. Die hätte ich gern. Wow, das sieht nach einer belebten City aus, da will ich hin. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Please tell me, game. Ladezeiten-Balken-Simulator. Goddammit, jetzt. Machst du kurz ein und dann direkt BÄM. Achso, wieder Erkennungswanken finden. Oh, hier sind wir der Zauber zum Dorn. Ich habe mich schon gefragt, aber ist Ebony wirklich all das gut? Ich habe schon gesagt, aber ja, es ist. Achso, ich bin voll. Duh. Und haben sie sich gerade echt über Kaffee unterhalten? Holy shit. Giraffen? Giraffen. Ähm, Speere. Habe ich einen gerade ausgerüstet? Nein, habe ich nicht. Let's go. Autsch. Oh, ich habe mir natürlich direkt die größte und dickste ausgesucht, ne? Vielleicht ein bisschen Magic. Äh, ich glaube, das war Blitz, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Blitz ist eh voll und da hinten ist eine Refill-Station. Let's do this. Ausrüsten. Scheint ganz gut zu funktionieren. Wow, da greift mich gerade die verkotestige Grafe ever an. Warum halten die alle so viel aus? Ja. Wie viele sind denn das noch? Nehmen wir jetzt erst was kleine Kits da. Haua. Hm. Oh, da ist so ein Schwerthalsvieh bei. Ich hasse die Viecher. Haben wir es dann. Hauels! No big deal. Okay. Also wenn man sich einmal darauf einlässt auf diesen Warte-Modus und mal sieh auf, äh. Diese Analyse ist das halt super gut. Okay, die Marke habe ich. Ähm. Wo ist denn Dave? Dave ist doch ein Hammerhead, oder? Ne, der steht da oben. Okay, dann nehmen wir eben Chocobo. Hey, buddy. Easy now. Alter, warum seid ihr alle so schnell? Ist doch nicht so gemein zu euren armen Schokobus, ey Wisst ihr halt gern, was das bringt, den mehr Ausdauer zu geben Also ich vermute, das ist halt gut, die quasi mit Ausdauer zu trainieren für später Hier ist Refrain Station Nein, wir campen hier nicht So, stecken wir eben ab So, da-da-da Wo ist das? Na, wo ist das, Dave? Oh, hier Hey, buddy Oh, er hat neue Rezepte gelernt Hast du irgendwas an sinnvollen neuen Waffen? Hey, what are you after this time? Nope, hast du nicht, die hab ich alles schon Äh, hab ich alles schon See you later See you later Okay, Aufgaben Wilde Wasser sind tiefes dahin irgendwo Das ist alles in Hammerhead Ich glaub ich mach die hier und dann geh ich nachher mal halt Ich hab schon mein Auto geparkt Oh, mein Auto steht irgendwo am Arsch der Welt, richtig? Ich glaub schon Okay, lass mich mal eben Äh, welche war das? Die auswählen Dann lass ich mich einfach abschleppen nach, äh, Hammerhead Skorpione Hast du mal in Ruhe? Solange wir uns nichts tun, tun wir denen nichts Stufe 4 Schokotritte leer In dem Kampf kann der Gegner nun mächtige Tritte verpassen Nice Ich glaube ich steige eben ab und Refill Magic Ja, why not Oh, da steht sogar unser Auto Hmm, praktisch Sehr praktisch Müsste da noch irgendwo Eis sein Ach Quatsch, ich habe Eis schon genommen Feuer meine ich doch So, geht mir Feuer FIFA Oh, ist es da Dann fahren wir halt eben Alles in Ordnung? Ja, okay Guck mal, ob wir hier noch was an Musik haben Das sind ja 300 Meter Freundchen Are you serious? Er hat es ja voll gebracht No comment, man No comment Ist das da drin oder wo ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher Wo ich da hin soll Ich werde mal versuchen die Straße lang zu reiten Okay, hier hätte ich auch lang fahren können Das ist egal Das Problem was ich mit dem Auto habe Ist einfach das Auto ist nicht so flexibel wie die Chocobos Und kannst halt mit dem Auto nicht springen Das ist egal Das ist egal Das ist egal